Meine Augen sind zu, es ist dunkel und dann weiß ich nichts mehr. Wir sitzen an einem Tisch, auf einmal kommt wie so kellnermäßig mit einer Speisekarte und sagt, welchen Joint wollt ihr? Den, 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 verschiedene Geschmäcker, Stärken, dies, das, jeder bestellt für sich. Auf jeden Fall, ich komme irgendwann richtig zu mir, mein Vater steht wie gesagt neben mir, Gott sei Dank hast du überlebt. Wie? Wie meinst du das, du hast überlebt? Was ist passiert? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Erstmal einen riesen, riesengroßen Dank für euren Support, für die ganzen Kommentare. Wenn ich das lese, dann blüht wirklich mein Herz auf. Ich lese oft, du hast mir mit deinem Video die Augen geöffnet oder es hat mir geholfen, das und dies und das besser zu verarbeiten. Und das war auch immer so das, was ich mit diesem Kanal erreichen wollte. Und eure Kommentare zeigen mir einfach, dass genau das, was ich wollte, wirklich ankommt. Und das bedeutet mir unheimlich viel. Lasst uns diesen Kanal auf jeden Fall zum Platzen bringen. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und zeigt es auch, Freunde. Man kann wirklich mit so einem Video Menschenleben retten. Glaubt es mir, ich kriege solche Nachrichten und die krasseste Nachricht, die ich mal bekommen habe, war wirklich, wenn du nicht wärst, hätte ich jemanden abgestochen. Und davon gab es vier, fünf ähnliche Nachrichten. Und es macht mich persönlich stolz, dass mein Video auf meinem YouTube-Kanal ein Menschenleben gerettet hat. Eigentlich nicht ein Menschenleben gerettet hat, sondern eigentlich Familien gerettet hat. Der Mörder, der eigentlich zum Mörder geworden wäre, ist nicht zum Mörder geworden. Und das Tatopfer lebt immer noch. Beide Familien haben immer noch alle Familienmitglieder. Keiner ist im Knast, keiner ist unter der Erde. Und das haben wir wirklich diesem Kanal hier zu verdanken. Und deswegen gebt auf jeden Fall Gas. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Mein Name ist Martin und heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist wirklich sehr, sehr emotional. Und ich habe sehr, sehr große Schuldgefühle. Sehr große Schuldgefühle. Und ich hoffe, dass dieses Video euch die Augen öffnet und dass euch nicht dasselbe passiert, was mir passiert ist. Es ist ein ganz normaler Tag. Es ist Samstagabend. Ich bin zu Hause. Und habe richtig Bock, mit meinen Jungs was zu machen. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Was geht, Jungs? Was macht ihr hin und her? Einer macht den Vorschlag. Bruder, was hältst du davon, wenn wir heute nach Holland fahren? Nach Amsterdam. Und einfach schön in den Coffeeshop chillen. Ich sage, Bruder, Bombenidee. Lass uns das machen. Aber es gibt ein Problem. Wer fährt? Wir werden alle bekifft sein. Er sagt, ich weiß wer. Lass uns Timo anrufen. Timo trinkt nicht. Timo kifft nicht. Er ist ein sauberer Junge. Er hat Führerschein. Er wird uns fahren. Und ich weiß auch schon, wie ich ihn überrede. Ich sage, nein, lass mich Timo anrufen. Ich weiß auch, wie ich mit ihm rede. Er mag mich mehr als dich. Ihr hattet letztes Mal eine kleine Rangelei. Ich rufe Timo an. Timo, was geht? Nix. Zu Hause, hin und her. Ich bin am chillen. Dich so, Timo, hast du heute Bock auf einen richtig fetten Abend? Er sagt, was denn? Was geht? Was ist los? Ich sage, erzähl erst mal, wo bist du? Hast du überhaupt Zeit? Er sagt, Bruder, ich bin gerade auf einer Verlobung. Von meinem Cousin. Danach muss ich gucken. Mein Vater ist ein bisschen streng. Du weißt. Bis nachts draußen bleiben und so sieht er nicht gerne. Aber ich sage dir später Bescheid. Ist okay, sag mir Bescheid. Ich warte auf dich. Ich schreibe in die Gruppe, Jungs. Timo ist auf Verlobung. Er sagt mir später Bescheid. Fifty-fifty. Stimmung gekippt. Was ist, wenn er nicht kann? Wen sagen wir Bescheid? Da macht einer den Vorschlag, weißt du was, lass uns doch einfach fahren. Wir gehen in den Coffee-Shop. Wir ballern uns voll. Gehen ins Hotel und schlafen da und fahren morgen zurück. Nein, dies, da ist voll die Filme hin und her. Lass uns mal auf Timo warten. Wir warten bis 22 Uhr auf Timo. Ich rufe Timo wieder an. Ist so, Timo, was geht? Er sagt, Bruder, ich bin jetzt zu Hause. Mein Vater ist noch auf der Verlobung. Ich check die Lage und sage euch Bescheid. Ich weiß nicht, was er gemacht hat auf einmal. Er ruft an. Er sagt, Bruder, mein Vater bleibt heute auf jeden Fall bei meinem Onkel. Das heißt, ich habe freie Bahn. Meine Mutter überrede ich schon. Ich kann euch fahren. Aber was machen wir genau? Ich sage zu dem Bruder, guck mal hör mal zu. Wir fahren nach Amsterdam. Wir fahren zum Coffee-Shop. Wir sind vier Leute, mit dir fünf. Wir wollen einfach richtig schön uns die Birne vollkiffen und danach wieder zurück. Er sagt, okay, und was habe ich davon? Ich so, guck mal, Bruder. Amsterdam, heftigste Nutten überhaupt. Geht auf uns. Essen geht auf uns. Trinken geht auf uns. Deine Kippen gehen auf uns. Du kriegst noch ein bisschen Geld von uns. Alles geht auf uns. Du musst nichts machen. Und er sagt, Bruder, ich habe auch gehört, Alter, die Puffs in Amsterdam, sie sollen richtig heftig sein. Da sollen richtig Granaten sein, wo man denkt, Alter, was macht die denn da? Warum arbeitet sie hier? Ich sage, genau solche Weiber sind da. Er sagt, ja, okay, Mann, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und Timo ist so ein schüchterner, er traut sich auch nicht, so Frauen anzusprechen und so. Das heißt, so, sein Intimleben lief auch nicht so heftig. Gefundenes Fressen für ihn. Er muss auch nichts bezahlen. Alles geht auf uns. Er kommt. Wir sitzen in der C-Klasse. Grauer Mercedes C-Klasse. Wir sitzen im Auto. Bomben, Stimmung. Timo ist gut drauf. Wir machen Musik an. Wir fahren. Wir sind richtig happy. Er ist happy. Und dann, ihr müsst euch vorstellen, wir kommen in Amsterdam an. In einem Coffeeshop. Wir sitzen da an einem großen Tisch. Wir sitzen da zu fünft. Und ihr müsst euch vorstellen, die ein oder anderen von euch, die auch mal da in einem Coffeeshop waren, wissen, wie das abläuft. Wir sitzen an einem Tisch. Auf einmal kommt, wie so kellnermäßig, mit einer Speisekarte und sagt, welchen Joint wollt ihr? Den, 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 den. Verschiedene Geschmäcker, Stärken, dies, das. Jeder bestellt für sich. Und dann, wir fangen an. Ich kiffe ein. Er schifft ein. Er schifft ein. Er schifft ein. Wir reden. Wir trinken. Und das die ganze Nacht. Ich schwöre es euch, wir haben vier Stunden durchgekifft. Ich weiß nicht, wie wir das überlebt haben. Auf jeden Fall am Ende. Timo sitzt da. Ich gucke Timo an. Ich denke, so der arme Typ, Alter. Wir müssen ihn auch wegbringen. Wir haben ihm das versprochen. Aber wir sind tot. Wir sind tot. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Er guckt uns die ganze Zeit an. So nach dem Motto, Alter, wann stehen die endlich auf? Wann bringen die mich endlich zu den Mädels? Wir stehen auf. Wir steigen ins Auto. Ich sitze hinten. Timo fährt natürlich. Einer sitzt vorne und zwei sitzen links neben mir. Und der Beifahrer tippt einfach Adresse zu Hause ein. Timo guckt ihn an. Er sagt, was ist das denn für Filme? Warum tippst du Adresse von zu Hause ein? Ihr habt mir doch versprochen, ihr bringt mich zu Mädels und so. Hin und her, dies, das, essen, trinken. Ich habe nicht mal was gegessen. Er sagt, Mann, laber mich nicht voll und so. Fahr. Timo rastet aus. Ich sage, Bruder, bring ihn doch ganz kurz, Mann. Der Typ kommt doch sowieso nach zwei Minuten. Der hat einmal in sechs, in sechs Monaten hat der Sex, der Arme. Das wird nicht lange dauern. Er sagt, nein, Mann, fahr und so. Ich kann nicht. Ich habe voll die Kopfschmerzen. Die anderen beiden sind schon am Schlafen. Ich bin selber auch voll gedröhnt bis zum Gehtnichtmehr. Mit dem Beifahrer lässt sich gar nicht reden. Er ist tot. Timos Herz ist gebrochen. Ich sehe ihn das genau an. Ich sage, Timo, Bruder, egal, scheiß drauf, wir fahren morgen einfach bei uns um die Ecke. Ich, ich gebe dir. Ich gebe dir Geld, dann gehst du. Er sagt, das war eine richtig abgefuckte Aktion von euch. Er redet selber ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, wir fahren. Es ist nebelig. Wir sind auf Autobahnen. Weit und breit kein Auto. Ich nick weg. Ich bin, bei mir dreht sich alles. Die zwei Links neben mir sind voll am Schneichen. Der andere sitzt irgendwie auf halb acht. Timo fährt und ich spüre nur noch, meine Augen sind zu und ich spüre nur noch, wie das Auto richtig schnell unterwegs ist. Ich mache meine Augen auf. Ich gucke Timo an. Ich kriege keinen Ton raus. Ich bin so bekifft. Ich denke irgendwie, das ist nur ein Traum. Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall, meine Augen sind zu. Es ist dunkel. Und dann weiß ich nichts mehr. Ich stehe irgendwann auf. Ich bin im Krankenhaus. Eine Woche später stehe ich auf. Eine Woche. Ich stehe auf. Mein Vater steht neben mir. Er guckt mich an. Ich gucke ihn an. Ich sage, wo bin ich? Er sagt, Gott sei Dank hast du überlebt. Ich so, wie meinst du das? Gott sei Dank hast du überlebt. Was ist passiert? Er sagt, ja, ihr wart doch in Holland. Ich so, ja. Natürlich hat er mir das nicht sofort erzählt. Erstmal bin ich zu mir gekommen. Erstmal haben die mir keine Fragen beantwortet. Haben gesagt, beruhig dich. Ich werde erst mal richtig wach. Hin und her. Dies, das. Paar Stunden vergehen. Gehen raus. Komm wieder. Ich sage, was ist passiert? Die sagen, nichts ist passiert und so. Du hattest einen kleinen Unfall gehabt. Kannst du dich an nichts erinnern? Ich habe gesagt, nein, ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin immer noch total durcheinander. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich Timo angeguckt habe. Auf jeden Fall. Ich komme irgendwann richtig zu mir. Mein Vater steht, wie gesagt, neben mir. Er sagt, Gott sei Dank hast du überlebt. Ich sage, wie? Wie meinst du das? Du hast überlebt. Was ist passiert? Er sagt, ihr hattet einen Autounfall. Und alle sind tot. Nur du hast überlebt. Ich so, das ist doch ein schlechter Scherz. Ist doch nicht dein Ernst. Er sagt, doch. Alle tot. Ich so, wie ist das passiert? Was ist passiert? Ich komme auf mein Leben gerade nicht klar. Ich bin im Krankenhaus. Ich bin seit fünf, sechs Stunden erst wach. Nach einer Woche. Er sagt, ja, wo wart ihr? An was kannst du dich erinnern? Was ist passiert? Ich habe gesagt, ich weiß, dass wir in Amsterdam waren. Wir waren da im Coffeeshop. Wir haben alle gekifft. Timo war unser Fahrer. Er hat nicht gekifft. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Jetzt bin ich hier. Er sagt, ja, die Obduktionsberichte haben schon natürlich genau gesagt, dass ihr alle gekifft habt. Ich so, ja, aber Timo hat nicht gekifft. Was ist denn mit Timo passiert? Er sagt, guck mal. Ihr saßt alle an einem Tisch. In einem Raum. In einem Coffeeshop. Vier Leute haben die ganze Zeit gekifft, gekifft, gekifft. Und auch noch wahrscheinlich in seine Richtung gepustet. Der Typ war doch selber bekifft. Habt ihr das nicht gecheckt? Und ich denke mir, oh nein, fuck. Fuck, 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 fuck. Die Jungs sind tot. Alle tot. Ich sage, sind alle tot? Er sagt, alle tot. Decker, ich komme auf mein Leben nicht klar. Wie, die sind alle tot? Er sagt, doch, alle tot. Und wie gesagt, Timo, der ja nicht gekifft hat, ist auch tot. Der war auch bekifft. Genau wie ihr. Genau wie ihr. Auf jeden Fall, ich kam monatelang auf diesen Schock nicht klar. Drei sehr, sehr gute Freunde von mir sind tot. Timo, auch eigentlich ein guter Freund. Der halt aber nicht immer mit uns war, aber man war befreundet. Auch tot. Und wegen was? Weil wir einfach kiffen wollten. Timo, der arme Junge, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, der gar nichts von dieser ganzen Scheiße wusste, haben wir überredet mitzukommen. Auch tot. Die anderen drei auch tot. Es sind vier Mütter, die um ihre Söhne geweint haben. Vier Väter, die um ihre Söhne geweint haben. Und ich bin genauso am Arsch. Ich lebe zwar, aber ich sterbe jeden Tag 100 Tode, weil vier Freunde von mir tot sind und ich alle vier beim Friedhof wiedersehe quasi und beim Friedhof besuchen muss, weil wir einfach nur kiffen wollten. Einfach nur, weil wir kiffen wollten, sind vier Leute tot. Ich habe überlebt, aber wie gesagt, ich sterbe jeden Tag. Ich muss mit diesem Gewissen leben, dass ein unschuldiger Timo quasi tot ist, weil wir ihn als Pfarrer benutzen wollten und das alles nur wegen Kiffen, wegen Gras. Ich habe diese Geschichte hier auf diesem Kanal erzählt mit der Message Wieder mal Drogen haben gleich mehrere Leben zerstört. Vier Menschen sind tot. Vier Familien sind tot. Nicht nur vier Menschen sind tot, vier Familien sind tot. Ihr könnt euch das Gefühl, glaube ich, auch nicht vorstellen, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren bei einem Autounfall. Ich habe gleich vier geliebte Menschen verloren. Vier Familien haben ihre Söhne verloren. Und das alles nur wegen Gras. Wenn du das Handy gleich wegpackst und du deine Mutter siehst oder deinen Vater siehst, die dich mit so viel Mühe und so viel Liebe großgezogen haben, damit du heute dieser Mensch bist oder dieser Mann bist oder diese Frau bist, der oder die du heute bist, dann lass ab sofort die Finger von Drogen, weil sie können dein ganzes Leben zerstören, sie können dich töten. Und wenn sie dich töten, dann töten sie deine Mutter und deinen Vater und deine Geschwister alle gleich mit. Lass die Finger von Drogen. Ich küsse dein Herz. Danke fürs Zuhören. Abonniert den Kanal. Dieser Kanal wird Leben retten. Bis nächste Woche Sonntag. ahleihau. goaweihau. Ich bin, ich bin Ready für viele treat.